Liebe Fußballfreunde, was für ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint, die Sonne lacht und wir freuen uns auf ein großes Fußballspiel. Die äußeren Bedingungen sind perfekt, der Rasen ist ideal, ist nochmal frisch gemäht worden am gestrigen Tag. Sieht super aus, also die beiden Mannschaften können sich hier auf eine tolle Unterlage freuen. So lässt es sich Fußball spielen. Ein herrlich, ja das war faul, ganz klar, Freistoß. Baku, da sucht er seine Vordermänner. So jagt man heute den Ball. Das könnte was werden. Und Wind. Tor für Wolfsburg. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und damit steht's 1-0. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Da ist die Show. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Was ist hier los? Ja, sie haben einfach weitergemacht, haben die Köpfe nicht hängen lassen und weiter an sich geglaubt. Mehr als verdient, wenn du mich fragst. Unwiderstehlich, perfekte Schusshaltung und präzise. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Wir sind auf Remikus. Das ist die Strafe. Das kommt davon, wenn man sich beim Jubeln vorausgibt.